Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest Hamul Runtotem anzunehmen bei Tonga Runtotem in Brachland an dieser Position. Vorquest ist veränderte Wesen. Die Quest ist angenommen. Nun darf man sich nach Thunder Bluff begeben. Ich werde dahin fliegen, starte noch den Flug und dann werde ich mich wieder bei euch melden, sobald ich in Thunder Bluff ankomme. So, bis gleich. Da bin ich auch schon im Landeanflug und lasst euch nicht verunsichern, wenn bei der Quest Dungeon dabei steht, ihr müsst nach Thunder Bluff. Ihr werdet gleich sehen, wohin man muss. Ich laufe jetzt nämlich dahin, ist ein kurzer Laufweg, dann nutze ich die Zeit dazu, euch darauf hinzuweisen, dass ihr auf meiner Facebook Seite vorbeischauen könnt. Link dazu findet ihr im YouTube Kanal Banner. Da poste ich die Software, was ich gerade aufnehme oder was als nächstes ansteht. Dürft die Seite auch liken und abonnieren, wie ihr wollt. Ist mir aber nicht so wichtig wie der YouTube Kanal. Also, falls euch meine Videos helfen, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder meinen Kanal abonnieren. Falls ihr denkt, alles misst, dann gebt halt einen Daumen nach unten. Liegt an euch. Also, die Quest ist abzugeben bei F3 der Hamul-Rundtotem in Thunder Bluff an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Eben, Aitsuke Ende ...